Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es in den Waschlovani Nationalpark. Eigentlich dachten wir, wir müssen alles mit dem Bike machen, haben wir auch, aber dann hat sich das Blatt gewendet. Die Border Police hat uns mit unserem grossen Teil, trotz der Sage von vorher an Informationsdings da, dass wir nicht durchfahren dürfen. Die Border Police sah das anders und so sind wir mit dem Camper durch den Waschlovani Nationalpark in dieses wunderbare Tal runter, also Felsschluchten und so weiter. Ja, war wirklich spannend und ja sehr selber und bis später. Die Permission haben, fahren wir jetzt zum Nationalpark Maschlovani. Aber Achtung, Trucks dürfen da nicht mehr rein, nur noch Kleinfahrzeuge, deswegen werden wir da übernachten vorher und da mit den Bikes rein. Ja, wir sind hier fast auf einer Mondlandschaft, schwarzer Erde. Es ist schon speziell, schon zehn Kilometer so unterwegs. Wir müssen den Hügel überqueren, mittendrin da. Das ist die Sonne rechts von uns, jetzt sieht man auch mal was. Und so sieht das aus in diesem Abschnitt. So, rechts von diesem Hügel ist dann der Nationalpark eigentlich. Wir fahren jetzt aber an der Grenze entlang. Wir stossen hier auf heftigen Widerstand von Kühen. Die gucken uns alle so an. Und wir gehen mal weg. Aber jawohl, wir haben es geschafft. Also richtig offroad mässig sind wir unterwegs. Wir fahren durch den Acker, die Piste. Wurde wohl vom Bauern beackert. Aber ja, es ist offiziell auch Spuren hier. Aber ja, wir machen ja noch vier Kilometer. Und die Piste ist jetzt echt schlecht geworden, das zusätzlich. Ja, vielleicht wird sie dann wieder besser. Aussichtspunkt, da machen wir schnell einen Halt. So, Aussichtspunkt, Nationalpark. Alles ein bisschen Sand, hügelig, Erosion, betroffen. Aber es ist nur so ein kleines Stück. Also, es ist schon ein kleines Stück. Alles auszureich. So, ja, das ist Chia, dass du noch viel, was hast und es auch nicht gesagt. So, ich schüge das Gefühl hast, dass du noch etwas wirst. So, das ist alles. Und du überlegenst du schon mal auch. Deswegen wäre es nur schön, dass du noch ein kleines Stück. Und ein kleines Stück. Und ich wäre es ganz vieles. Bis zu lange her auf. Saischenko- und drüben semble. Nós bis zu dich. Bis zumachen, wenn es der Kartei ist. Also, was hier? So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf von dieser wunderschönen Landschaft, damit ihr auch etwas mitkriegt und auch hier wieder wunderschöne Hühner oder so. So, das ist ungefähr der Nationalpark, auch wenn wir noch nicht drin sind, wir dürfen ja nicht reinfahren, aber der grenzt an, die Region sieht ungefähr so aus wie da links. Rechts. Rechts. Ja, im Persen. So, steile Piste runter und die Sonne ist gerade untergegangen, wir sind jetzt langsam in der Dämmerung noch fünf Kilometer und dann sollten wir am Ziel sein. Agaven, das sind Agaven links, alles grün. Alles klar, Agaven. Aber eben, wir sind in der Dämmerung, es ist schon ziemlich dunkel, ich fahre aber ohne Licht, um die schlafenden Tiere nicht zu erschrecken. Du hast Angst, wo der Vorderpolis ist. So, gerade geschärft, da ist das Camp. So, neue Morgen, Mittagszeit. Ah. Und schon sticht mich eine Fliege. So, mit dem Track dürfen wir da nicht rein. Warum? Er schliesse ich mir nicht, weil die Jeeps dürfen da durch. Und jetzt sind wir halt mit dem Bike rein. Das geht auch gut. Es geht einfach da im Flusslauf eigentlich runter. Ja, das wäre eine geile Offroad-Strecke mit dem Track. Jetzt leider mit dem Bike. Geile Gegend. Also, das erwartet euch alles. Mit einem kleinen Offroad durch die Fahrer, mit einem grossen Nichts. Ich bin gerade in Möckentanz, weil hier gibt es nur Möcken überall. Da gibt es eine riesen Eidechse. Die ist 20 cm lang. Oh, ist die gross. Flussziege. Flussziege. Ja, geschafft. So, wir sind jetzt alles flussabwärts gefahren im Waslani Nationalpark. Einfach auf Polar Steps gucken, dann wisst ihr wo wir zuerst waren. Und das sieht gigantisch aus. Ja, im Waslani Park sieht das hier so Offroad aus. Aber es sind halt nur noch die kleinen Fahrzeuge erlaubt. Nach dieser schönen Fahrradtour sind wir weiter unterwegs am Rande des Nationalparks. Steilwand, Wienenzahnradbahn. Wir schlängeln uns hier mal durch die Wege durch. Viele Kurven. Jetzt wieder kleine Hindernis-Rallye. Schräglage, Äste und ein paar Ackerlöcher. Das hat es auch noch. So, wie viel geht da noch? Ein bisschen gekippt. Keine Ahnung. Aber ja, jetzt komme ich durch, glaube. Wir haben uns ein bisschen durch die Büsche durchgekämpft, wie ihr gesehen habt. Und da eine super schöne Landschaft. Die Berge ganz hinten ist bereits Aserbaidschan. Das ist ein bisschen eine Abenteuerpiste. Die Piste ist ja nicht das Problem. Aber immer wieder mal wieder diese Bäume, wo man nie weiss, ob man Platz hat. Wir kämpfen immer noch uns. Wir kämpfen immer noch uns durch das Flussbett durch. Und ja, die Piste ist nicht das Problem, wie schon gesagt. Aber immer wieder mal die Bäume. Bis jetzt habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe es geschafft, zum Abschied noch eine kleine Flussbettüberklärung. Jetzt geht ein Stein runter. Zur letzte Nacht haben wir ja im Flussbett hier im Park verbracht. Weil es finster wurde. Dann ging es nicht mehr weiter. Und jetzt müssen wir da wieder raus. Morgen. Ich musste einen Baum umfahren. Deswegen bin ich da im Flussbett gestern Abend. Wir haben hier übernachtet. Wunderbar. Und jetzt fahre ich ein bisschen Flussbett. Und dann kann ich rechts wieder raus. Ich habe schon alles abgelaufen. Tja, und warum im Flussbett? Weil die Bäume teilweise so niedrig sind. Und wir nur im Flussbett weiter kamen. Und die Steine, die knallen, man hört es. aussi la diye kunna poison. Cool, welche���raie sólo są disponible durch. Ja, schön im Nationalpark. Wunderbare Strecke eigentlich. Und hier geht es wohl wieder raus, jetzt ist die Strecke hier oben wieder freier. So, jetzt zwischen die Bäume, da oben ist die Piste. Da muss ich hin. Das Camp, wo wir das Fahrzeug instellen, da geht es mit dem Bike weiter. So, wir haben die Border Police passiert, die kontrollieren das wirklich gut, die haben gefunkt, ob die Bewilligung rechtmässig ist. Wir sind jetzt da durch und jetzt stehen wir hier, von diesen Wundsparen, oh, toll, so, das ist wunderschön. Guckt euch das an, das sind eigentlich wie Sandberge, halb versteinert, hier sieht man es genauer. Wir fahren jetzt die Piste da runter bis zur Grenze von Aserbaidschan, die wird getrennt durch einen Fluss, wir sehen uns wieder. Da kommt sie. Ah, der Deutschland. Easy peasy. So, geil, wir sind an der Bordengrenze, an der Grenze zu Aserbaidschan. Da drüben ist Aserbaidschan. Scheiss Stechfliegen. Und hier ein Fluss und da hat es richtig Wasser drin. Boah. Katze. Wiesewand ist Aserbaidschan. Ja. So sieht der Weg übrigens aus im Canyon. Da fliesst manchmal Wasser, aber selten. Weisst du, das sind selber gebaute Findestbänge hier in der Wüste. Das ist ja heiss. Da kann man Gewichte stemmen. Ja, leg dich mal hin. Heb mal hoch. So geht es auch, ja. Braucht nicht dein Fitnessstudio. Sehr schwer. Bist ein bisschen außer Training, aber nur ein bisschen, oder? So, gleich da hinter mir ist jetzt vielleicht, das ist die Border Police. Wir haben da passiert. Vor drei Stunden, kein Problem. Ich habe den gefragt, ob ich mit dem Car, mit dem Big Car hier runter fahren darf. Kein Problem, sag's Herr. Jetzt mal schauen, jetzt hole ich das Teil. Weil eigentlich haben sie gesagt, die grossen Trucker dürfen da nicht runter. Also nur etwa bis drei Meter. Wir waren jetzt gerade bei der Border Police mit dem Mercedes. der holte den Ausweis. Und dann hat er Rücksprache gehalten. Die funken dann immer in etwa zehn Minuten. Und dann hat er uns tatsächlich durchgelassen. Ich kann es nicht verstehen, weil wir dürften eigentlich nicht rein. Aber weil der mal gesagt hat, ja, kein Problem. Da habe ich gedacht, ich versuche es. Und da dachte ich ja, der schickt mich sicher zurück, nachdem er gefuckt hat. Und jetzt haben sie uns reingelassen. Und jetzt können wir runter ins Tal fahren. Wie geil ist denn das? Die Gunst von Gott ist, sich mal mit zu machen. Wir dürfen noch ein bisschen mehr Offroad fahren, als geplant war. Wie geil ist denn das? Ja, ins Offroad Training. Ich war noch nie. Ich wüsste nicht wieso. Man kann hier rechts leicht oder schwerer hier hoch. Aber wenn man da einfach ein bisschen fährt, kriegt man selber Kraftpraxis. Und vielleicht jemand dabei hat, der ein bisschen Arme hat. Man sollte nicht zu viel Gas geben, wie verrückt. Aber schön dosiert, wenn es hoch geht, damit die Räder auf keinen Fall durchdrehen. Das ist immer das Ziel, wenn möglich. So, jetzt geht es in die Schlucht runter. Wenn es hier regnet, dann würde ich da nicht durchfahren. Das ist dann eine Langschlacht. Man sieht immer wieder tiefe Spuren. So, wieder mal eine schöne Überquerung. Untersetzung ist immer drin, hoffroadmässig. Dann immer langsam. Schön langsam. Wieder ein Flusslauf. Aber ich bin jetzt auf diese Tour noch nie angestanden. So, jetzt wird es dann irgendwann eng, habe ich gehört. Mit dem Bike heute sah fast alles so aus. Jetzt gibt es immer wieder, weil es da ziemlich runter sackt. Das ist ein guter Böschungswinkel. Wichtig, wenn möglich parallel zu diesem Teil runterfahren. Und immer langsam. Gut, da ist nicht angesetzt. Bettüberquerung. Dann geht es wieder hoch. Die nächste Border Police. Jetzt sind wir da unten. Hinter den Bergen auf der weiten, flachen Ebene. Wo es auch Gazellen hat. In der Unimog soll es aussiehen. Wir sind da. So, alles gut gegangen. Das ging jetzt bei denen viel schneller. Offenbar bin ich langsam bekannt. Wir dürfen ins Tal. Geil. Gazellen suchen. So, neuer Morgen. Und wir haben Gazellen gefunden. Da hinten. Vielleicht seht ihr sie. Ja, jetzt stehen sie gerade. Eine Schillkröte. Und da hinten ist noch eine. Nacht in der Ebene fahren wir jetzt ins Flussbett. Aber hier ist echt eine Kröte diese Stelle. Total steil, runde Schräglage. Ja, geht noch hinten ab. Boah, ist das schief. Oh Gott. Von außen schaut das ja noch schlimmer aus als von denen. Ach du Scheiße. Ich krieg hier die Nerven. Obwohl ich nicht drin sitz. Oh, jetzt wird es knapp. Oh, das geht. Stopp. Das GFK ist aber nicht, oder? Nein, das GFK. Nein, das ist nicht das GFK. Das ist der Reifenauflager. Der Träger. Ja, jetzt äh. Boah, das ist total krass. Das ist knapp dahinten gekratzt. Jetzt haben wir total knapp. Mehr hätte es nicht sein dürfen. Also geschafft. Ein paar Lackabkratzen. Aber das war das Schlimmste. Jetzt geht es nicht. So, wir haben jetzt das Flussbettbereich, wo es zwischen den Bergen hochgeht. Wir hatten gut zwei Stunden mindestens gebraucht, um diese Talebene, diese flache Ebene, durchqueren, haben Tiere gesehen. Und jetzt geht es da zwischen den Bergen, das Tal hoch, wo wir schon mit dem Rad durch sind. So sieht das hier unten aus. Und jetzt, im Flussbett. Ja, wir sind alleine, kam noch nie einer entgegen. Hat immer wieder Rebhühner oder so. So, den Teil haben wir geschafft. Jetzt geht es da hoch. Und sicher eine Stunde haben wir gebraucht. Aber auch mit grossen Fahrzeugen eigentlich unmöglich. Bäume sind weg. Aber das ändert sich natürlich immer etwas mit. Wie ein Traktor fährt der Mario da oben hin. Ohne Sperren. Das geht gut. Einfach Gas schön dosieren. Nicht übertreiben. Jetzt geht es da. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Hunde gefüttert hier. Die streiten sich auch nicht. Die sind ganz lieb. Suchen sich das Futter auf der Strasse, so wie ich es verstreue. Ja, wenn ich Futter verteile, verteilt der René. Infos über den Park, in dem wir gerade waren. So, das war wirklich eines der schönsten Erlebnisse. Vor allem da diese Schlucht runter. Ein Flussbeet nach dem anderen. Es ging da runter und gleich wieder hoch. Aber ich hatte ja Übung. Ihr habt es gesehen beim letzten Video oder vorletzten. Ja, war super. Und hat richtig Spass gemacht. Ja, schön wart ihr dabei. Wie immer Daumen hoch. Und bis später. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020